Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch zum Besprechen des Films Touch, der am 8. August in den deutschen Kinos startet. Und ich bin der Stu und ich kann sie nicht touchen, weil sie in Berlin sitzt und nicht in Köln. Aber ich vertraue trotzdem, dass sie da ist. Hallo Lida. Hallo. Lida, wir konnten uns den neuen Film des isländischen Regisseurs Balthasar Kormakur ansehen. Der, ich glaube, wirklich mehr bekannt ist für so Actionfilme und Abenteuerfilme. Er hat gemacht Beast, Everest, Two Guns und Contraband. Er hat aber auch immer mal wieder, habe ich das Gefühl zumindest, so auch eher heimatverbotene Filme gemacht. Also 1&1 Reykjavik oder The Deep. Sagt dir der Name Balthasar Kormakur was? Ganz ehrlich, klingt das für mich immer so wie der Name von einem Schriftsteller, dessen Werke ich alle vergessen habe. Geht mir ähnlich, geht mir ähnlich. Und ich weiß auch, ich habe den Namen garantiert falsch ausgesprochen, aber ich kann es jetzt auch nicht besser. Ja, wie gesagt, es ist ein Regisseur, ein paar Filme hast du aber gesehen von ihm, ne, meine ich. Ja. Und Ass. Aber nichts davon ist in tieferer Erinnerung geblieben. Ja, ich fand, glaube ich, sein Biest echt furchtbar. Das war dieser Löwenfilm mit Idris Elba. Ach, ja, jetzt wo du sagst. Also ich habe ihn so abgespeichert als jetzt kein schlechter Regisseur, aber auch kein Regisseur, wo ich jetzt Jubelstürme mache, wenn der was Neues bringt. Ich war dann aber schon überrascht von Touch, weil ich eigentlich halt ihn wirklich mehr so verortet habe, dass er jetzt wirklich nur noch so Hollywood-Sachen macht. Und ja, Touch ist von einem russen Hollywood-Studio produziert, aber es ist ja wirklich ein isländisch oder europäischer Film, zumindest auf dem Papier. Aber darüber reden wir jetzt erstmal gleich. Wir müssen erstmal klären, worum geht es? Und da hast du die Antwort. Tja, der Film bewegt sich auf zwei Zeitebenen. Eine ist mehr oder weniger die Gegenwart. Kurz vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie will der gealterte Restaurantbesitzer Christopher nochmal angesichts einer schweren Krankheitsdiagnose ein paar unfertige Sachen in seinem Leben zu Ende bringen. Und dazu gehört auch eine Jugendliebe, mit der er nie wirklich zusammengekommen ist, ausfindig zu machen. Dafür muss er bis nach Japan. Und während er nun diese weite, weite Reise auf sich nimmt, erinnert er sich zurück an seine Zeit als isländischer Student im London der 60er Jahre, wo er sich schwer verliebt hat in Miko, die Tochter eines japanischen Restaurantbesitzers. In selbigem Restaurant hat er dann auch angefangen zu arbeiten, in erster Linie, weil es lieber auf den ersten Blick war. Aber Miko und ihre Familie haben ein sehr schweres Familiengeheimnis, das sie mit sich rumtragen, das auch sie noch belastet. Und deswegen steht die Beziehung der beiden unter keinem guten Stern. Eine Sache, die in dem Film wirklich mehr so nebenbei passiert, die ich aber unglaublich interessant fand, du hast es schon erwähnt, ist, dass die Reise von dem älteren Christopher halt während der Corona-Zeit passiert. Und obwohl es gerade mal vier Jahre her ist, wirkt es trotzdem irgendwie, also es weckte fast schon australische Gefühle bei mir, wenn man sieht, wie er da immer die ganze Zeit da rumsitzt und immer wieder gebeten wird, seine Maske aufzusetzen. Das fand ich ganz spannend und stellt bei mir die Frage, was passiert jetzt erstmal in zehn Jahren, wenn es noch länger her ist. Wobei, wer weiß, vielleicht haben wir es dann wieder in der Corona-Pandemie. Ich möchte es nicht hoffen, aber vielleicht. Das sei hier nur mal erwähnt. Ist dir das auch aufgefallen? Ja, so Nostalgie möchte ich es nicht nennen, denn dazu sind die Erinnerungen dann bei mir doch zu unangenehm an die Corona-Zeit. Aber das ist mir in der Tat aufgefallen und es wirkt für mich immer etwas bizarr, weil man die ganze Zeit, zumindest wie es mir so erwartet, dass dieses Corona-Element entweder eine tragende Rolle für die Handlung einnimmt, dass es irgendwie relevant wird oder irgendwo hinführt. Aber weder das eine noch das andere passiert. Es ist einfach ein Stück Zeitkolorit, der jetzt dazu beitragen könnte, dass man verorten kann, in welchem Jahr der Film spielt, ohne dass man eine Zeitangabe hat. Aber das wäre ja nun auch auf anderem Wege möglich gewesen. Zumal jetzt für die Handlung es auch nicht so entscheidend ist, ob es 2020, 2021 oder 2024 ist. Wobei ich auch von mir selbst überrascht war, wie ich manchmal mit dem Kopf geschüttet habe, wie fahrlässig er mit der Situation umgeht, dieser alte Mann. Das fand ich schon interessant. Aber ja, es ist halt wirklich nur so ein, nicht mein Nebenplot ist so ein Side-Effekt von diesem Film. Aber ich fand es trotzdem mal ganz spannend und wie ich schon sagte, ich bin gespannt, wie es dann in Zukunft damit aussieht, wenn dann Filme kommen, die sich um diese Zeitspanne handeln. Egal, lass uns mal richtig ins Eingemachte gehen. Wie würdest du Touch-Genre-mäßig bezeichnen? Ich würde sagen, es ist ein Melodrama. Ich hätte jetzt fast gesagt, eine Schnulze, was wahrscheinlich so ein bisschen so der abfällige Ausdruck für das gleiche Genre ist. Also Romanze, Romantik, Drama, so kann man es sagen. Und dafür sind wir beide ja Experten. Also wenn hier beim Teleshop jemand romantisch ist, dann sind das Lieder und ich. Das muss man ganz klar sagen. Also wir kennen uns mit den Gefühlen aus. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, der Film hat mehr als einen Fehler. Der macht wirklich viele Sachen nicht besonders gut und richtig. Aber bei mir hat der funktioniert. Bei mir hat der voll funktioniert. Ich war investiert. Diese Schnulze hat mich bekommen. Ich schäme mich fast ein bisschen dafür, weil ich sehe, was der Film für Fehler hat und welche Versäumnisse er eingeht. Aber sei mir nicht böse. Auch ein Stu hat Gefühle. Bei mir hat der funktioniert. Wie wenig hat er bei dir funktioniert? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass er bei dir nicht so gut wegkommt. Ich taste mich so leise an. Nee, überhaupt nicht. Dachte ich mir schon. Dann Feuer frei. Ja, also es ist absolut ehrlich und auch tut deiner kritischen Qualifikation keinerlei Abbruch, dass du sagst, ich sehe, dass der Film hier die und die Schwächen hat, aber mich hat er emotional gekriegt. Das war bei mir eben überhaupt nicht der Fall. Also zweites, ich sehe auch die Schwächen, aber emotional hat der Film bei mir nicht im geringsten gewirkt. Ich finde auch eher, dass er recht manipulativ auftritt mit der Art, wie er an den Gefühlssträngen des Publikums ziehen möchte und dabei aber auch Themen aufgreift. Und das hat mich dann wirklich geärgert, dass es eben keine Standardschnulze ist, die sich hier einfach mit, oh, was weiß ich, vielleicht vergeben oder wie auch immer die beiden sich nicht bekommen, sondern dass hier wirklich gravierende historische Trauma da aufgegraben werden, die dann aber nur ein wirklich Randelement sind. Und diese ganze Tragödie, die tatsächlich Miko betrifft und dieser Film hätte ihre Geschichte sein sollen, die hat hier nur Relevanz in der Handlung, weil der weiße Mann dadurch eben das Herz gebrochen bekommt. Und dann auch, wie man dem Darsteller des jungen Christopher hier so einen John Lennon-Look gibt und als ob das nicht schon aufdringlich genug wäre, läuft dann auch noch John Lennon im Radio musikalisch. Und Miko sagt dann auch noch, dass er etwas von John Lennon an sich hätte, betont dann auch gleich, dass es nicht nur äußerlich sei, wo ich mir die ganze Zeit gedacht habe, also was hat denn der Typ jetzt bitte mit John Lennon gemein, außer die Brille und halblange Haare? Ja, also es wirkt sehr aufgesetzt, aber mich hat wirklich diese, ja, dieser Mechanismus, dass die Story von, dass ich hier eben doppelt der Mechanismus, nämlich einmal ist die Story von Frauen nur relevant, weil sie den Mann betrifft, B ist die Story von nicht weißen Menschen nur relevant, weil sie weiße Menschen betrifft. Diese doppelte Marginalisierung und Instrumentalisierung hat mich wirklich geärgert und dann insbesondere mit diesem historischen Trauma, das daran hängt, nämlich, dass der Vater von Miko die Bombardierung Hiroshimas miterlebt hat, dass seine Frau, die damals mit Miko schwanger war, umgekommen ist an den Folgen der Bombenverletzungen. Und etwas war, das historisch mit einem Begriff, der sehr negativ konnotiert ist und auch oft den Rang eines Schimpfwortes haben kann, betitelt wurde und Miko deswegen auch gedrängt wurde, ihr eigenes Leben ohne Familie zu führen. Also das ist für mich auch mit der größte Schwachpunkt des genannten Films, dass er aus dieser Geschichte, aus dieser Tragödie, die diese Familie rund um diese Miko hat, dass er daraus fast so eine Art Schnitzeljagd macht. Also bevor das mal klar wird, was da Phase ist, vergeht wirklich eine Menge Zeit und diese Zeit hätte man meines Erachtens dann echt dafür mal nutzen können, halt diese Tragödie mal ein bisschen besser auszuarbeiten und zu erforschen. Und das passiert dann, wenn es dann rauskommt, worum es eigentlich geht, passiert das halt wirklich sehr, sehr schnell. Und das ist dann schon schade, weil ich fand es schon berührend, auch weil ich tatsächlich nach dem Film die Chance hatte, mit einer Frau zu reden, die aus Japan kommt und mir erzählt hat, dass sie da in der Familie ähnliche Sachen erlebt hat. Aber das ist schon ein Versäumnis, finde ich. Das finde ich auch wirklich schade. Das ist für mich das größte Versäumnis des Films, weil diese Schnitzeljagd ist zum einen, obwohl man nicht weiß, was passiert, nicht wirklich spannend und zum anderen nimmt es halt so echt auch so ein bisschen den Drive raus. Und es hätte dem Film nicht schlecht getan, mal diesen Christopher nicht im Fokus zu haben, sich wirklich mal um diese Miku zu kümmern, die, by the way, gespielt wird von einer Darstellerin namens Koki. Ich habe mir sagen lassen, dass die in Japan wohl ein ziemlicher Star sein soll, aber ich muss leider sagen, ich habe sie zuvor noch nirgendwo gesehen. Geht es dir da eh nicht oder kennst du sie? Mir war diese Schauspielerin auch kein Begriff. Sie ist mir sicher positiv aufgefallen. Sie gibt dieser Rolle sehr viel Leben und auch die tragischen Aspekte sind hier absolut glaubhaft gespielt. Da kann man nicht meckern, aber tatsächlich kannte ich sie nicht darstellen. Sowieso muss ich sagen, dass der Film wirklich relativ viele Sachen aneinander flanscht. Also es geht halt um Christopher, der in London, du hast es schon gesagt, halt in diesem Restaurant von Mikos Vater anfängt zu arbeiten. Das hat dann fast schon so ein bisschen was wie, ja, ich möchte sagen Karate-Kid-Vibes, ja, nur halt eben in der Küche, weil halt Christopher nach und nach erkennt, dass er Talent hat. Dann kommt auch diese Romanze hinzu, dann halt eben diese Familientragödie und das ist dann doch für einen Film mit zwei Stunden Laufzeit schon ein bisschen viel, muss ich sagen, doch. Wir haben hier tatsächlich sehr viele unfertige Handlungsstränge oder auch Nebenfiguren, wo wir den Eindruck haben, da stecken jetzt ganz komplexe Geschichten dahinter, die dann aber nie wieder auftreten. Oder wie schon erwähnt, dieses Corona-Element, was einfach nur im Raum hängt. Und obwohl der Film diese für mein Empfinden schon überlänger hat, wirkt das alles unglaublich unfertig und unausgegoren. Das hat mich auch sehr gestört. Ich hätte mir einfach, ja, also wirklich gewünscht, dass sie das Ganze extrem zusammenstauchen. Von mir aus sollen sie da gerne ihr Romantik-Drama machen, aber dann sollen sie diesen extrem dramatischen, historischen Überbau rausnehmen und sich einfach einen trivialen, alltäglichen Grund ausdenken. Es gibt genug, aus dem sich das Paar aus den Augen verloren hat. Dann hätte diese Story genauso funktioniert. Man hätte das Ganze einkondensieren können und die Gefühle der Trennung und das sich nicht bekommen haben, sind ja deswegen nicht minder intensiv oder ernsthaft. Also da hätte dem Film in jeder Hinsicht einfach eine Einschränkung gut getan. Und dann ist es eben aber auch das ganze Setting zum Beispiel. Wir haben hier angeblich das 60er-Jahre-London, das aber nur aus einer einzigen Straßenecke besteht. Weiter kommt der Film dann hier. Einmal wird er noch gemeinsam ins Pub gegangen und das war's. Wir haben überhaupt gar kein Gefühl dafür, welche Zeit er da eigentlich ist, weil die immer nur in ihrem gleichen Hinterhof sind. Auf der gleichen Ebene sehen dann wirklich alle Figuren mehr oder weniger aus wie ein Klischee. Das japanische Restaurant sieht auch nicht so aus wie ein Restaurant, wo wirklich mal jemand essen würde, sondern einfach nur wie ein Filmset eben, wie das, was es ist. Und das gibt diesem ganzen Film einfach ein unglaublich artifizielles, unechtes Er, das auch für, also zumindest mich betreffend, einfach verhindert hat, dass man sich da irgendwie emotional investiert, weil es einfach alles vollkommen künstlich wirkt. Man immer das Gefühl hat, gleich kommt hier jemand mit der Kamera ins Bild gefahren. Ja, das stimmt, da gebe ich dir absolut recht, nur ich habe mich irgendwann so hingenommen, habe mir gedacht, okay, ich weiß jetzt irgendwie, was du willst von mir filmen und vielleicht kriege ich ja da irgendwie Kontakt hin. Das habe ich tatsächlich geschafft. Ich muss auch sagen, am Ende, also so die letzte Szene und der letzte Reveal ist dann auch wirklich, das ist dann schon Rosamunde-Pilcher-mäßig. Das muss man ganz klar sagen, da wird nicht gekleckert, da wird geklotzt emotional. Das war mir dann auch zu viel. Aber ansonsten habe ich da einfach gerne zugeguckt, muss ich sagen. Und ja, gerade wenn es so um das Thema so Zeitglorid geht, ist es schon so ein Film, der glaubt, okay, jetzt tragen sie Schlaghosen, jetzt sollte klar sind sie 60er. Das ist schon ein bisschen wenig. Es gibt aber einen Aspekt, den ich hinterher erfahren habe. Je mehr ich darüber nachdenke, desto weirder finde ich den. Und zwar die Rolle des jungen Christopher wird gespielt vom Sohn des Regisseurs. Und es gibt ja im Film auch Sexszenen. Und allein die Vorstellung, dass dein eigener Vater dich dirigiert bei einer Sexszene, finde ich einfach weird. Ich weiß, ich bin konservativ, aber ich meine, das beschäftigt mich trotzdem. Sorry. Ja, und das ist auch keine glückliche Besetzung, weil der Schauspieler eben einfach nichts weiter ist als ein halbwegs hübsches Gesicht, das ständig mit dem gleichen Hundeblick in die Kamera gehalten wird. Das ist einfach ein sehr negativer Kontrast zur äußerst positiven Darstellung der Nebendarstellenden. Also, ja, da konnte auch ich nur wieder den Kopf schütteln und denke, dass es doch oft einer Überlegung wert ist, als filmschaffender Elternteil, ob man seine eigenen Kinder besetzt. Was? Erst recht mit Sexszenen, das fand ich auch creepy. Weißt du, das ist auch der Grund, warum ich keine Filme drehe und keine Kinder habe, damit sowas erst gar nicht passiert. Genau, das ist besser Vorsicht als Nachricht. Was ich noch Positives, zumindest aus meiner Warte, sagen kann, dieser Egil Olafsson, der den älteren Christopher spielt, der strahlt einfach so eine gewisse Gelassenheit aus. Also, ich sagte ja schon, dass der fast schon lässig fair mit diesem ganzen Corona-Dings umgeht, aber ich habe tatsächlich gerne zugeguckt, wie der da rumgeht durch die Straßen von Island und London. Das kann ich hier noch als positives Ding anmerken. Ansonsten habe ich auch nicht mehr zu dem Film zu sagen, wenn ich ehrlich bin. Wie ist es bei dir? Ich habe dazu auch nichts mehr weiter zu sagen. Ja, es ist auch kein Film, der vieler Worte wert ist. Wenn man jetzt direkt zum Fazit übergehen kann, kann man sagen, ja gut, wenn ihr euch romantisch da verlustieren wollt, ein bisschen in den 60ern zu John Lannens Musik schwelgen und ein oder zwei Tränchen wegdrücken für eine vorhersehbare tragische Liebesgeschichte mit, wie ich fand, eher lauwarmem Ausgang, dann könnt ihr euch das gerne reinziehen. Mich hat das Ganze sehr geschürt, weil das einfach zu viele negative Klischees sind, nicht nur auf dramatischer Ebene, sondern eben auch auf inszenatorischer Ebene, die dann letztendlich zur Marginalisierung eben dieser Leute führt, deren Geschichte da vorgeblich erzählt werden sollte. Und das kam mir sehr übel auf. Ja, du hast natürlich nicht recht. Das ist natürlich ein ganz, ganz toller Nequatsch. Ich sehe die Kritikpunkte und der macht wirklich auch mehr, in Anführungszeichen, falsch als verkehrt. Aber was soll ich sagen? Manchmal braucht auch jemand wie ich einfach ein bisschen was Gefühlvolles, was Emotionales. Das ist ein Groschenroman, ein hochwertiges Rosamunde-Pilcher-Produkt, verpackt in einen zweistündigen, ja, doch sehr schick aussehenden Film. Und das habe ich hier bekommen. Ich brauche das so schnell nicht wieder, aber Touch hat mich getatscht. So viel kann ich sagen. Und deswegen würde ich ihn, wenn er auf so einer Art von Film steht, durchaus empfehlen. Was ich euch auch empfehlen kann, ist, guckt doch mal bei uns auf die Webseite, www.tele-stammtisch.de, da findet ihr all unsere Podcasts. Oder aber ihr könnt auch gerne auf unseren Discord-Community-Server gehen, einfach tele-stammtisch.de slash Discord. Und da könnt ihr dann mit uns in Kontakt treten. Ihr könnt mit anderen Community-Mitgliedern reden, mit uns reden, Feedback geben, Inspirationen liefern, was auch immer ihr wollt, lustige Bilder, Posten. Ach, da gibt es keine Grenzen quasi. Also würde mich sehr freuen, da mal von euch zu hören. Wir sind hier durch. Ich sage Tschüss, Lida. Ich hoffe, dass du trotz allem von meiner Leistung heute sehr getatscht warst. Und ich erlaube dir jetzt, ein gefühlvolles Abschied im Monodok zu halten. Bitte schön. Ja, ich habe die ganze Zeit krampfhaft überlegt, nach irgendeinem Wortspiel mit Touch, das ich jetzt noch bringen kann, Touchdown oder so, oder Touchy. Aber ich gebe auf. Tschüss. Das klingt ja auch fast wie Touch. Ja, Touch, tschüss, ist alles dasselbe. Das ist ein Wort. Ciao, Touch. Ja, falls wir noch irgendwas finden mit Touch-Wortspiel, dann liefern wir es nach. Genau, das schneiden wir dann hier so rein, so ganz, ganz, ganz schnittig. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammfisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, euer Andi.